In der Mannheimer Rechtsanwaltskanzlei Gönheimer und Zander arbeiten aktuell drei Mitarbeiter in den Büroräumen. Die anderen sechs sitzen im Homeoffice. Alle kann der Firmeninhaber Dr. Frank Zander nicht nach Hause schicken. Obwohl Homeoffice aufgrund der Pandemie ja ein Gebot der Stunde ist. Wir haben das Problem, dass wir tatsächlich viele Mitarbeiter im Homeoffice haben, aber nicht alle hinschicken können, weil noch sehr viel Post kommt und auch Mandanten noch Sachen körperlich vorbeibringen und nicht alles digital abläuft, sodass Mitarbeiter im Büro sein müssen, um die Post zu bearbeiten. Laut Medienberichten lehnen auch Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände in Baden-Wittenberg eine Homeoffice-Pflicht ab. Der Appell der Bundesregierung an die Firmen ist es, ihre Mitarbeiter, wenn möglich, von zu Hause aus arbeiten zu lassen. So sollen Kontakte weiter beschränkt werden. Auch sollen so weniger Menschenmassen im Pendlerverkehr, z.B. in Bussen und Bahnen aufeinandertreffen. Morgen beraten Kanzlerin Merkel und die Länderchefs, wie es weitergehen soll hinsichtlich Lockdown. Auch wenn es hart ist, die Zeichen stehen auf Verschärfung und Verlängerung der Maßnahmen. Zur Debatte steht auch eine FFP2-Maskenpflicht in Bussen und Bahnen, sowie für den Einzelhandel. Außerdem soll besprochen werden, ob Geimpfte schneller wieder Grundrechte zurückerlangen sollen. Außenminister Maas macht sich genau dafür stark. In Mannheim hält man nichts davon. Ja, das ist natürlich eine schwierige Aussage. Man kann ja jetzt nicht die Leute bevorzugen, die eine Impfung haben, vor allem weil ja nicht jeder Zugang zu einer Impfung hat. Ja, das sind dann wieder die gewissen Vorteile, die die Leute haben, finde ich nicht in Ordnung, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil sie dann wieder alle rennen. Ich bin ja geimpft, ich habe den Vorteil und denken wieder, sie werden dann in dem Moment was Besseres. Ich bin der Meinung, dass es so nicht sein sollte. Jeder darf frei entscheiden, ob er sich impfen lassen möchte oder nicht und dass die Freizeit da so in Anspruch genommen wird oder beschränkt auch wird, finde ich nicht gut. Mehr als eine Million Menschen in Deutschland sind inzwischen geimpft. Es werden immer mehr. Die Fallzahlen sind aktuell unter 10.000. Jedoch nach dem Wochenende. Zuletzt hatten wir das im Oktober 2020. Da waren es 9.800 Neuinfizierte. Seitdem stiegen die Zahlen ständig. Heute sind es nur noch 7.141. Im Vergleich, vergangene Woche Montag meldete das Robert-Koch-Institut noch knapp 12.500. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020